Hi, wir sind's John und Rasheed und wir spielen heute das neue Playstation-Spiel Lego-Adventures. Ne, nicht Adventures, Avengers spielen wir. Lego-Adventures. Wir sind schon mitten drin, Mann. Ja, für Playstation 4. Okay. Warte, warte, warte. Wer bist du? Ich bin die Berscheid. Hau, hau, hau. Hau, 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 hau. Mann, ich hau so weh gerade auf den Hack. Ey, das Ding, ne? Er ist zum Kinderspielen, aber er ist richtig brutal, ey. Guck mal, das Ding ist, ich bin jetzt unten, ne? Warte, warte, warte. Ich kill halt wirklich da unten, mutterpicker. Oh, sorry, da könntest du überhaupt nichts sagen. Weiß ich nicht. Wo bin ich denn? Ach, da oben. Bist du das da? Ah, ich war einmal tot. Boah. Hab Kohle gesagt. Bist du die da? Ja. Okay, geil. Ey, wir sind Hawkeye und Black Widow. Voll Quatsch. Wer ist Hawkeye? Du bist Hawkeye. Du bist wenigstens Typ. Warte, warte, lass mal kurz, kurz warten. Ich bin nur noch ein Geist. Ich komm gar nicht mehr ins Spiel zurück. Guck mal, siehst du, wie durchs ich mich komme? Ich kann richtig durchlaufen. Ghost. Ah, jetzt bin ich wieder am Start. Warte. Ich hau dir eine rein. Nee, du darfst dich nicht abschießen, Dicke. Wir müssen noch ... Ey, warte mal, okay. Lass mal, ganz kurz. Ruder. Ey. Komm mal her. Ohne Schießen. Lass uns erst mal kurz nebeneinander stellen. Lass mal jetzt ganz kurz überlegen, was wir jetzt machen müssen. Das kann ja nicht sein, dass wir nur da hängen. Okay, passt auf, warte. Du bleibst mal kurz stehen, ja? Ich würde mir jetzt mal dieses Avengerster. Kannst du nicht? Da sind wir schon dreimal durchgelaufen. Ah ja. Okay, warte, ich komm jetzt zurück. Lass mal drüber sprechen. Okay. Okay, noch mal Huddle. Okay, lass mal jetzt überlegen, wo kann man hier lang? Hier runter. Lass mal hier runter gehen. Okay, okay. Sind beide zu. Nee, Eisblock. Doch, sind beide zu. Okay, also nicht nach rechts. Jetzt warte nicht. Warte. Hier. Hier lang. Hoch. Nee, geht nicht. Hoch. Hoch, hier du nicht? Hier geht vielleicht, warte, warte. Warte. Nee, dann muss sie ja hier sein. Ich kann sie einschränken für mich. Okay, warte mal. Dann hier lang. Kann man hier sein? Ja. Warte mal. Ey, wenn wir immer in die verschiedenen Richtungen gehen. Ja, okay, warte. Lass einfach. Aber es geht nicht. Hier geht nicht lang. Okay, dann hier lang. Aber dann muss es übers Wasser gehen. Oder? Oh, du bist tot, ne? Kann man da rüberspringen? Nee. Warte mal. Hier, das muss auch was hier mit diesem gelben Ding sein. Dann schießt du doch mal weg. Oh, warte, warte. Lass noch. Lass noch. Lass noch. Daten werden geladen. Du solltest sie jetzt sehen können. Warte. Kreis gedrückt, um aus Lego-Teilen nützliche Gegenstände zu machen. Heike, mach. Oh. Jetzt? Warte mal. Warte mal. Der ist jetzt. Hier, ey. Eingeschossen. Und du? Au, ey, warte. Das ist nicht du. Dich kann ich gar nicht abholen. Du musst da hin. Du musst da hin. Das ist dein Mädel da. Geh mal da hin. Warte mal. Geh mal da zu diesem Fort. Ach, erst mal. Hab ich's rausgefunden. Ich komm da gar nicht raus gerade. Spring. Ich kann da nicht weglaufen. Kannst du springen? Nein. Warte mal, ich schieße dich da raus. Es geht nicht. Ich kann mich nicht so weg. Glitch. Glitch. Oh, richtig. Anstrengt gleich am Anfang. Ey, ich kann nicht. Oh nein. Ich kann nur wild einen wegschießen hier. Wie auch immer jetzt in meine Gegend kommt, wird der Eisgeil weggewehen. Ja, ich versteh keinen Spaß, Alter. Hast du echt mal raus? Nein. Spring mal hier in die Richtung. Guck mal, springen ist der X. Ja. Okay, geil. Ich komm noch nicht raus. Warte, ich bin dich einfach noch kurz um. Nein, das geht ja auch nicht. Du kannst richtig sehen. Wir sind in einem Schluck. Wir sind in einem Schluck. Drück mal alles. Okay, Glitch, Freunde. Warte, warte. Warte, hier stand kein was. Ja, du brauchst mich, sonst kommen wir da nicht rüber. Boah, richtiges. Jetzt hast du gefeilten Bildschirm gemacht. Keine Ahnung. Aber das ist nicht cool. Du bist gerade tot. Aber damit will ich jetzt raus. Jetzt geht er hin. Warte. Ich mach mich erst mal wieder sichtbar. Okay, jetzt. Will ich mitkommen? Ja, warte. Ja, jetzt geht auf Karo. Nein, hier. Moment, dabei brauchst du Hilfe? Elektro-Schalter auf. Ah, das bin ich. Ich bin Elektro. Das Ding tippt jetzt um. Dann wird eine Brücke draus. Ah, nee. Geil. Irgend so was. Ja, natürlich fällt es nicht komplett. Boah. Ich schieße es runter. Das ist egal. Ja, wir müssen das Seil kappen. Wo ist das Seil? Okay. Warte. Verpillt eigentlich alles. Guck mal hier. Oh nein. Ich hab dich gerade totgeschritten. Du hast mich gerade nicht runtergeschritten. Okay, warte mal. Ganz kurz. Mach mal Pause. Digga, das ist überschwach. Wir kommen noch nicht mal in die erste Hürde. Ich weiß. Wir sind wirklich wack. Okay? Okay, warte noch mal. Kann man ein anderes Spiel? Ich find das scheiße. Nee, lass mal kurz erst mal versuchen. Guck mal. Was ist denn der hier? Damit schieße ich Pfeile. Damit. Was sind denn diese A's? Hiermit schieße ich auch Pfeile. Was sind denn diese A's? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich sollte Kreis drücken. Ich weiß aber nicht, was ich da gerade mache. Das ist vielleicht eine Karte oder so. Okay, geil. Warte. Nee, nee. Wir müssen hier oben hoch. Guck mal. So, zack, zack, zack. Nee, da bin ich ja runtergefallen. Nee, nee. Du hast mir nur doof angestellt. Ach so. Ja, Bruder. Game on luck, ey. Mann, Kackspiel. Wirklich, Alter. Was ist denn das so? Es ist echt kompliziert. Und keiner hilft uns, hab ich das Gefühl. Was kann ich denn damit machen? Wirklich mal da vielleicht irgendwo, äh, da... Wo? Hier? Weiter unten? Kann man weiter tun? Also, wildes Geld, glaube ich. Naja. Aber für was? Das ist ein Minispiel. So, wie jetzt. Schönen. Schönen. Oh, wieder Geld. Kann ich auch mal spielen? Ich mach ganz wilde Kohle gerade hier. Wie denn? Im Side-Hustle. Wieso? Wo bin ich denn? Okay, wo bin ich denn heute? Oh. Ich verstehe. Wieso ist denn da gekommen? Ich bin noch fertig. Okay, klar. Warte mal. Warte mal. Entschuldige bitte. Hallo. Aber drück den, äh, roten... Hab ich doch. Aber da ist doch das Ding. Warte, geh mal ein Stück. Jetzt. Yes. Dann komm wieder, du hast so fest. Warte. Okay, das ist echt ein Kackstum. Das ist eine Banane. Banane? Ich liebe Banane. Achso? Das ist wirklich schön. Ja, super. Das ist total einfach, wenn man nur weiß, was wir machen. Was ist das denn hier? Was ist das? Es macht keinen Sinn. Auf jeden Fall weiter zugucken. Wir schaffen es gleich. Gib uns mal zwei Minuten. Wenn nicht, ich spiele mal FIFA oder so. Guck mal. Siehst du das Orangen da? Geh mal da hin. Ich mach jetzt den anderen. Oh, die Bananen. Nee! Okay, sehr gut. Dann kommen wir auf der anderen Seite. Bam! Wenn du vielleicht stirbst, kann ich vielleicht auf dein... Ich bin jetzt dreimal hintereinander rein gesprungen. Also es geht noch ein Weg. Wenn du, wenn du tot bist, kann ich auf dein Sarg springen und dann weiter springen. Weißt du? Geh mal hier auf dieses Orangen. Siehst du das? Nee, das ist einfach nur das Spiel. Ist das alles? Das war alles, ja? Danke, Lego. Das sind für Kinder. Wirklich, on point. Ey! Hier geht's nicht so. Du hast Splittstream schon gemacht. Ja, das geht aus Automatik. Okay, aber das einzige, wo man lang gehen kann, ist hier oben lang. Nee, nee. Ah! Hast du das? Ah! Und kein Doppelsprung, ne? Und bin ich auch troben? Nee, guck mal, da kommen so Sachen und... Digga! Ey, du verwirrst... Guck mal, guck mal, guck mal! Das geht! Hast du gesehen? Doppelsprung! Probier ich jetzt schon mal. Nochmal! Nee, nee, nee. Guck auf mich, ja? Oh, Mann! Warte, jetzt guck auf mich! Warte, Anlauf! Ah, fuck, warte. Nee, da unten ist was! Wenn du da unten auf irgendwas raufkommst, manchmal kommt... Da kommt ein großes Ding hier! Ah, ja, ja, ja! Oh, wo bin ich? Jetzt! Da! Oh, scheiße, nein! Oh, fuck! Okay, dann... Warte, jetzt! Ey, wir stürzen! Ja, das macht aber nicht Spaß! Oh, fuck! Du wolltest auf meine... Ja, das sag ich doch! Auf deine Seite! Hier! Ja! Ja! Nein! Nein! Oh, was ist das? Wie oft kann man eigentlich sterben mit dem Cut-Spiel? Ich glaube, das ist an der Mitte, die vielen. Ja, wir müssen aber auch schon noch warten, bis Sachen rauskommt. Ja, ja, okay, warte jetzt. Spring! Ich rede es nicht! Super, super! Oh! Der war so knapp! Schwerstes Spiel ever! Ja, so knapp! Wenn ich... Wenn ich acht Jahre als ein Lego-Fan verstehe... Ich würde die Space Station weghauen! NICHT! Warte! Warte, warte! Okay, ey, wir müssen echt... Ich muss auf deine Leiche springen! Ja! Wir springen ja nicht auf die Leiche! Spielen und spielen! Wollt ihr eigentlich... Oh! 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 Doch, das ist keine gewöhnliche Situation! Oh, ey! Wär mal ruhig geht! Ich würd einfach nur achten, wer das einfach ist, was mich bewegt! Schieß nur da auf dieses blaue Blinkding! Warum bin ich zurück? Ja, ich hab's doch verstanden, aber ich kann auch nicht! Ich kann verborgene Lego-Gegenstände aufstehen sein! Ja, vielleicht machst du's mal! Hier! Du musst hier auf dieses Orangene! Guck hier, wo ich bin! Du musst hier an dieses Avenger! Ey, du verwurrst mich mit deinem rumrennen! Okay, weiter! Pass auf! Du rennst auch die ganze Zeit immer! Nimm mal auf dieses Avenger-Arm! Und schieß mal gegen! Und schieß mal gegen! Braust du Hilfe? Genau! Und jetzt? Ich geh das mit dir durch! Mach mal das! Ja! Genau! Kreis! Entschließend! Fynn! Ja! Ach, das verfٹern! Könnt das passiert? Ja! Kaff! Ne? Okay, pass auf. Ich stürze mich. Spring mal da oben, dass der irgendwie weiß, wer du bist. Ja? Spring mal da einfach. Warte mal. Ich mach mal so. Kackspiel. Wirklich, Lego, ey. Schwach Lego. Macht's doch nicht so kompliziert. Nein, nicht schon wieder. Oh nein. Springen wir jetzt in den Club. Also, ich spring jetzt da rein, ja? Ja, später, ja. Hast du mich gerade abgeschossen? Ja. Warum? Sparte. Okay, ich spring jetzt, ja? Ja. Was machst du denn? Okay, stell dich hinter mich. Ja, cool. Damit du siehst, wo das... Nein, du musst ein bisschen versetzen. Au! Au! Ich war da in den Dingen drinnen gerade. Mist, jetzt hat's geklappt. Oh! Warte, jetzt hier. Oh, Mann. Das muss so gehen. Das kann nicht anders gehen. Jetzt! Jetzt! Oh! Ja! Das ist hier wirklich wie Trumsprung. Hier! Nein! In den Tod! Jetzt! Bleibt er tot! Lass den Anlauf machen. Pass auf, jetzt. Das macht keinen Sinn. Oh! Oh! Oben ist es vielleicht schmaler als vorne. Warte, pass auf. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, nein, nein. Wir hatten gar nicht schon. Das macht keinen Sinn. Warum ist der Teil jetzt hier? Ich hab' ja mal geblieben. Ja, ich hab' ja mal geblieben. Ja, ich hab' ja mal geblieben. Ich hab' ja mal geblieben. Warte mal! Warte mal! Wir rüberschießen! Oh Mann, aber wo die ästhetisch fachscht? Deswegen schieß ich immer nur da raus. Das war nicht gut, dann hätt ich nach links müssen, ne? Nein, da waren wir selbst schon verjünglich. Alter, schwerstes Spiel ever. Ich kann nicht springen. Alter, das ist ein nervende Spiel. Mach ich nach. Mach ich nicht. Okay, das war gar nicht so fachscht. Warte, wir versuchen noch einmal die Taktik mit dem Tod. Ich hab vielleicht kein Geld mehr. Ich krieg auch andere und neue dazu. Was sind denn diese kleinen A's? Wozu sind die A's? Lass mal bitte ganz kurz tauschen. Pass auf. Es muss irgendwas hier mit zu tun sein, das kann nicht sein. Die Pfeile sind echt wack. Ja, Mann. Die können graben. Das sind auch noch Pfeile. Ja, Herzpfeile. Ne, das ist ein Boxpfeiler. Jo, ey, wir machen kurze Pause, ne? Ich weiß nicht, wie's weitergeht. Ich brauch nicht eine Pause. Lego, PS4, Avengers ist das komplizierteste Spiel ever. Es macht keinen Sinn. Wenn du weißt, wie's geht, schreib's bitte in die Kommentare. Oder ist das schon das Spiel? Nein, das kann doch nicht sein. Wenn das schon das Spiel ist, sag uns in den Kommentaren, das ist das Spiel, Dicker. Ey, kompliziert. Ihr habt schon den Endgegner besiegt. Wir haben's durchgespielt. Fertig.